In wenigen Tagen, genau am 10. Juni, dirigiere ich hier im grossen Konzertsaal der Tonhalle Zürich am See ein grossartiges Chorkonzert. Gegen 200 Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker werden auf der Bühne singen und musizieren. Le Laudi von Hermann Sutter, ein einzigartiges, grandioses Chorwerk über den Sonnengesang von Franz von Assisi, sowie die erste Aufführung von Laus De Altissimi vom Schweizer Komponist Franz Rechsteiner. Er spielt das Tonhallorchester Zürich und die Solisten sind alles junge, internationale Stars, die auch an der Wiener Staatsoper singen. Zudem singt auch ein Kinderchor der Musikschule Zürich mit und natürlich der Konzertchor Harmonie Zürich, der auch Veranstalter von diesem Konzert ist. Ich hoffe, wir sehen uns am 10. Juni hier in diesem wundervollen Konzertsaal. Es gibt noch Tickets unter www.tonhalle.ch See you!